guten tag und herzlich willkommen bei einer neuen folge konan exiles und zwar möchte ich jetzt mit euch ein bisschen zuvor fahren gehen aber ich werde zurück in die wüste gehen und werde dort die stein kreaturen versuchen um zu hauen ich werde ein bisschen wasser damit wir stehen kippen und ja los geht's nach dem intro das ist wieder gut am anfang das habe ich noch alles einstecken ist das hier voll beladen losrennen und dann steine 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 mal mit dem ofen das lassen wir mal drüben die ist relativ gut die werde ich mitnehmen weil das haben wir hier lassen das auch das auch in der wüste ist die staubmaske gut ja noch vor allem deshalb machen wir ein bisschen wasser mitnehmen und dabei muss abtümpeln müssen berg runter klettern wir müssen dann versuchen die steinwesen zu erschlagen um von denen zuvor zu kriegen weiß ich ich habe nur ein weg entweder hier die steinwesen oder ich renne bis hier hoch und holte dort an den zuvor mehr zu ich meine bei dem in den zuvor sehen kriegt man garantiert mehr so vor oder als höhlen ich denke ich war das für eine steinwesen erst mal am schnellst geht und dunstens werden so eine flasche das wird eine kleine runde zurück in die wüste schön lassen wenn ich eine höhe finden würde und überall wölfe hier ich habe eigentlich keinen Bock gegen wölfe jetzt künft ich kann einfach vorbei jetzt scheiß drauf ups ja aus da habe ich auf dem so was weiß ich nun endlich oder was ich weiß es gar nicht aber irgendwie zieht es hier keine aus da ab wenn ich hier renne oder klettern normalerweise zieht es das extrem aus da ab soo dann machen wir mal so jetzt sind wir in der wüste jetzt fertig ich meine maske aufsetzen weil die hatte viel hitze so die maske sieht so aus so eigentlich mehr gut ist habe ich doch die schwere rüstungen die schwarze galon also das ist das am besten wir gehen hier so frisch im fluss da können wir auch noch was auf füllen und gucken dass man vielleicht bei uns das sieht so jetzt war mal hier das ist das die schluchze strobe juckt in damals auf jeden fall sehr amüsant sie haben erstmal hier unten klatten versuchen aus davon packen einfach nicht übelste grafik pack wurde kratzanten auch geschüttet oder so ich weiß es nicht jetzt weg ich würde schnell und es ist da ein spieler von uns so ist der vorstuhl damit von naja gut da ist auch noch ein vorstuhl so schön terminale vorstuhl bei der unter das war was mal gucken dass man hier wo ist das in die richtung ja ist ein fluss das da unten werde ich schon mal angreifen das große fiet das ist ein boss monster das muss mich ein paar schäden glatt habe ich eigentlich noch feine mit ne natürlich nicht ich werde es versuchen wir außen rum zu gehen ohne dass mich das vier schmier attackiert aber geht auch los den der 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 die Bei den Triezen geht der ganz schön rasant runter, so jetzt werden wir noch. Ja, nur ein Stein, wunderschön. Ja, nur ein Stein. Die Scheiße hier jedes Mal. So Stein und so Dreck brauche ich eigentlich weniger. Ja, da geht es eigentlich nur um das hier. Da muss ich ja überleben, mal aufpushen. Jetzt muss ich was trinken. Ich brauche unbedingt, ich muss unbedingt das Stahl herstellen. Ich steige es langsam dahinter. Hinter das Spiel. Äh, wieder nur Köpfe und Müll. Das ist ja ne scheiß Raubkatze. Ich steige es einfach. Ich steige es einfach. Wenn wir hier sind. Alles, 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 alles. Eine Behalte. Alles. So. Das ist ne Helle. Das ist ein Durchgang, oder? Das ist nur ein Durchgang, alles klar. Aber, aber ich muss hier runter. Ich muss zum Fluss. Ich habe nämlich nicht mal, wie war es auch. Essen bräuchte ich eigentlich auch. Ich hoffe doch nicht zu fressen einsteigen. So, wie ich mich kenne. Doch, ja. So. So. Hier unten ist grün. Da unten ist doch Fluss. Da werden wir uns hingehen. Was ist denn der Fels runter? Oh, Jen. Nu Jen sinds kleine Übel. Die werden wir trotzdem ausnehmen. Weil die immer hier sind. Das Gute ist, auf dem Server. Wenn man stirbt, verliebt man nichts. Und das nehme ich zum Vorteil. Das heißt, wenn ich sterbe. Also, ich werde hier looten und dann werde ich mich einfach sterben lassen, weil dann spawne ich eigentlich einfach wieder in meinem Haus und hab das ganze Zeug noch reinstecken. Hier war ich schon eben... Ich hab noch ganz schön viel Fresse weggeschmissen. Mhm. Aber bestimmt auch jemand Lut. So. Da hat jemand gebaut. Ist das eine Spinne? Spinne, Spinne, Spinne. Ich hasse das Spinne wegen Vergiftung, aber ich brauche Seite. Ja. Oh, das ging fix. So, ich bin überrascht, das Mistvieh. So. Das noch mehr spielen. Wir werden das einfach looten. Einfach nur durch die Wüste strom und bisschen looten. Na, jetzt bringt zum Beispiel zu langsam. Oh, jetzt muss ich ganz viel weg. Ich bin... Ich glaube mal jemand aus Ballen. Und... Attacke. So. Die Preise. Und verkuppelndes Gift haben die. Das Viech. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Action an meiner Folge. Nicht nur rumtümpeln an der Base. Was? Was hat denn da da halt? Was will ich jetzt mal angucken? Schnell mal hier sind. Schnell mal hier sind. Schnell ist man kann jetzt überklettern. Das ist so toll. So. Vielleicht findet man ja ein Spiel. Der rumhubt. Ich weiß ja nicht, was er gebaut. Und... Schnell ist es. Guckst du ja an. Oh. Warum greift denn seine Wache mich an? Das ist doch nicht schön. Ich will dir aber nicht schön. ... ... Das ist eine Wache von einem Spieler als MPC. Ich würde den MPC jetzt ungern tönen. Dann lasse ich das mal lieber, ich habe da keine Lust drauf. Oh, das kommt ja doch hierher. Die machen übel viel Schaden. Das sind die. Jo, der hat mich erwischt. Ist aber schön. Jetzt spawnen wir wieder bei unseren Outfit. Ich wollte eigentlich gerade rückwärts raus. So erfolgreich war das jetzt, ist wie ich mir das gedacht habe. Na gut, haben wir ein bisschen Sulfur mehr und ein bisschen Seite. Da geht was kaputt. Ähm, ja. Ja. Seite. Wie viel, wie viel Spinnclub? Oh, ich habe einen Haufen Fleisch. Seite, Seite, Seite. Wo kann man es heute? Weil ich wünsche mir gar nicht. Ja. Ja. Zwölf Stück. Ich weiß nicht, was man muss. Können wir ja auch gehen. Ist ja was drin? Ja. Komm, was ganzer Fleisch einfach reinhören. Ach, zwei. Das raus. An. Das haben wir weg. Ups. Na gut, das nächste Mal passen wir mal ein bisschen mehr auf. Ich habe auch Wunz gekriegt. Ist auch nicht schlecht. Ich weiß, was brauchen wir das auch. Das heißt aber hier noch. Also Schäle. So. Wollen wir mal gucken. Na, ob wir gleich vom Dach her. Ich müsste auch mal langsam anfangen, mir auch schon die Slaven zu halten. Bis das erste Mal dahinter steigt. Bis man noch so die Slavenradbahn. Ähm, so. Jetzt haben wir hier Schwefel. Wir haben noch Teer. Wir haben auch, wir haben auch von meiner letzten Runderschwefel. Und wir brauchen Kohle. Irgendwann hat ich einen Haufen Kohle. Wir nehmen jetzt einfach die hier. So. Für Feuerstahl brauchen wir das Weiß und mal Brennstoff. So. Ach so. Passiert drauf. So, jetzt stellt's halt. Das Zeug her. aus Teer und Schwefel. So. Jetzt können wir mal das Leder noch rein tun. Leder haben jetzt auch schon einiges. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt will ich gucken. Äh, ich möchte mir einen Armbrust bauen. Was kostet die Armbrust? Äh, die wird ziemlich gebaut. Ja. Ja. 13 Seite. Und ich hab zwölf. das ist natürlich unterärgerlich, dass wir eine Seite an der Armbrust fehlen. Naja, gut. Ups. Schau mal, mein. Ein Haufen Stein, ey. Ein Haufen Stein, ey. Ketten mal, einfach mal Steine verarbeiten, so zieht, nebenbei. Ich hab hier ein Haufen Zeug drin, was ich ja nicht unbedingt verbrenne. Das tun wir mal mit raus. Das können wir drin lassen. Rein. Rein. Jetzt brauchen wir noch Kohle. Ach, wo halt ich? Wo ist denn die ganze Kohle? Wenn du musst du? Nö. Na, das macht ja noch was. Ich glaub, in meinem Haupthaus hatte ich noch Kohle. Ja, da ist sie doch. aber auch noch auf stein man kann doch rüstung färben und alles das finde ich ganz klasse ach so ich werde mal hier meine komischen helme dort absetzen das haben wir noch kohle rein und dann haben wir das mal ist man will das glück das war schon ein bisschen eis schiffen eisen schiffen hier hinten es geht um relativ fix wie gesagt das sind so mit fünf mal alles erhöht also nicht wundern normal spielt und alles dann bekommt ihr auch nur zum beispiel wenn ihr tier tötet nur ein kopf und nicht fünf wie ich aber ich möchte dass alles ein bisschen schneller geht weil ich halt hauptsächlich alleine spielen vorankommen möchte und auch einfach mal sehen möchte und nicht ich bin schon voll oder was ganz schön das meine ich mit schnell 23 steinchen geklöppelt und alles full ich habe so viel platz wo ich einfach mal trug verblenden kann so wie sieht es ja das ist auch noch ein bisschen das könnte ich ja noch da bräuchte ich aber ja das falsche schwefel haben wir ja genug ich bräuchte märz ja das heißt es nicht zu mehr tiere töten mal gucken ich brauche pfeile pfeile ich kenne das eisenbaum stöcker da müsste ich mal ein paar stöcker sammeln wir können das mal machen ein paar pfeile mit weil es sich auf jeden fall besser jagen tun wir noch bisschen die gegend da kunden da hoffen wir das mal eine höhle finden oder sonstiges so so Okay. So, das ist das, das ist das. Jetzt werden wir mal. Wir haben da Wölz. Oh, ich weiß gar nicht. Ich hab einfach... Alles zu viel. Da haben wir alles drin. Knochen und Döns. Die tun wir jetzt hier mit rein. Weil Pfeile und so. Die tun wir auch mit hier rein. Aber einfach mal... Einfach Pfeile bauen. Und ich baue mir jetzt... Ich brauche Kiste. Was kostet so eine große Kiste an Zeugs? Ich hatte doch die Erschwür hier. Große Truhe. 60 Holzblanken. Und 20 Eisenverstärkung. Wie viele Holzblanken haben wir denn? Oder was? Teilen wir die mal auf. Ich nehm die hier drauf. Nehm die hier rein. Holzt du mal hier rein. Weil wir wollen mal kleiner Holzblanken machen. Jetzt kann ich auch nur ein Eisenverstärkung. Dann haben wir drei. Wir brauchen... ...mehr. Auf jeden Fall. So. Das wir jetzt gleich hier mit reinklippeln. So. Jetzt können wir mal noch mehr herstellen. So. Das ist gut nochmal hier rein. Nehmen wir uns mal die hier raus. So machen wir uns mal noch ein paar Eisenverstärken. So. Ich brauche 20. So. Ich brauche auf jeden Fall eine Truhe, wo ich das ganze Zeug verschanzen könnte. Dann. Wir müssen erstmal eine. Gucken wir mal. Wir können nochmal aufsteigen. Wir können noch eins überlegen. Wir müssen mal bei 20. Jetzt sind wir hier schon mal gleich. Gucken wir mal bei der Rezepte. Was so schönes gibt. Was wir vielleicht machen können. Ecke. Schmerz. Schmerz. Ja. Ein Rad, das den Körbenstärken bricht. Ich habe doch schöne Reuterschmerzen. So bin ich beklebt. Hier. Ach. Ein einfaches Rad. Schmerz. Ja. Wenn man schon eine Reuterschmerzen machen würde, dann würde ich schon eher schon das können. Wenn das besser ist. Schwerer Raum, wo ist das? Der Rest ist erstmal so. Alles uninteressant. Hm. Hm. Das ist so eine Schatzkarte. Oh. Oh. Das ist doch flüssiger Mist. Lieber Worten. So was kostet das? So hat der Schmerz. Das ist doch da. Und wo ist es denn jetzt? Oh. Das haben wir. Uh. Eisfischung. Na gut. Das geht doch relativ schnell zusammen. Das eisn hier. Gefundes Holz. Ja. So. Da gucken wir mal wie es ja aussieht mit den Eisnussstärkungen. Die sind fertig. So. Jetzt bauen wir uns mal so eine Trüge. Jetzt bauen wir uns mal so eine Trüge. So. Dann gucken wir mal wie es ja aussieht mit den Eisnussstärkungen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Das tun wir wieder hier rein. Das ist noch meine mittelschwerere Harnisch. Das tun wir mal auch noch mit hier rein. Das Harts einfach mal auch mit hier rein. Das ist alles. So. So. Dann stellen wir mal noch die Truhe auf. Die können wir eigentlich erstmal hier unter der Treppe tun. Hier Platz hat man denn hier in der großen Ruhe. Ich habe doch schon einiges. Rein, 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 rein. Rein, rein. Alles rein. So. So. Hier nehmen wir auf jeden Fall die Axt von unserem Gott. Jetzt werden wir noch mal ein bisschen jagen gehen. Dann habe ich dann schon die Feile drauf getroffen. So. So. Stopp Kartoffeln. Der wehrt sich nicht mehr. Der hat ja keine Lust heute. Manchmal sind die so aggressiv und manchmal machen die gar nichts. Manchmal schon merkwürdig. Der Backlub ist schon. Ah, ein neues Großupdate. Viele Probleme. Wir brauchen halt viel. Oh, da ist ein Bär. Der wird schon gerne mal killen. Ich probier's einfach mal. Der macht ja auch nichts. Manchmal wehren die sich. Ich mach mich total. Und manchmal machen die gar nichts. Ah, jetzt. Jetzt. Jetzt kommt der Flüchtling. Uiuiui. Oh. Ne. Okay. Ich würd sagen, das war so der Schluss. Ich bin tot. Aber ich werd mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Tschü tschü.